Ja, was ist die beste Antriebsvariante? Kann man darauf überhaupt eine adäquate Antwort geben? Darüber wollte ich jetzt mal sprechen. Mit dem Vorbehalt, dass ich vielleicht auch keine adäquate Antwort weiß. Aber vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, habt ihr eure eigenen Ideen dazu? Also schreibt das gerne in die Kommentare. Zur Auswahl stehen Verbrenner, Benzin und Diesel, Batterieelektrisch, Wasserstoff und Erdgas. Mit Ausnahme von Wasserstoff sind eigentlich alle im Moment relativ realistische Optionen. Ich werde nur kurz noch mal auf den Wasserstoff eingehen, weil man den nicht ganz vernachlässigen sollte. Noch nicht. Die allermeisten von uns fahren klassische Verbrennerautos. Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Kosten, Reichweite, Praktikabilität und vor allem das letzte ist der meiner Meinung nach fast alles entscheidende Faktor. Nehmen wir mal an, ein batterieelektrisches Auto ist absoluten Topstand der Technik und ich kann damit vollladen in 20 Minuten. Das wäre schon ziemlich gut und im Moment unrealistisch. Dann wäre das trotzdem eine Komforteinbuße für den normalen Autofahrer. Zwischen fünf Minuten tanken und zwischen 20 Minuten warten. Aber gut, ich denke, das ist offensichtlich. Ich meine, jeder, der Auto fährt, weiß, wie praktisch es ist. Ganz einfach. Die Schadstoffdebatte in der letzten Zeit hat das Ganze ein bisschen durcheinander gewürfelt. Der Verbrenner ist grundsätzlich böse. Stimmt auch nicht so. Tatsächlich sind aber modernen Dieselmotoren nicht so schmutzig wie ihr Ruf. Natürlich der Wirkungsgrad, die Ressourcen, wie man sie gewinnt, wo sie herkommen. Öl muss gebohrt werden, es muss transportiert werden. All das spielt natürlich eine Rolle und das ist auch nicht zu vernachlässigen für die Zukunft. Doch die eigentliche Frage ist doch, kann man heute noch einen Verbrennungsmotor kaufen oder ist der schon in drei, vier Jahren komplett nutzlos? Ich würde es mal so sagen, für Langstreckenfahrer gibt es im Moment nichts Besseres als den Diesel. Und ein moderner Diesel, den man auf der Langstrecke fährt, aus beruflichen oder privaten Gründen, wie auch immer, den wird man auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht so schnell ersetzen können. Die ganze Debatte beschäftigt sich im Moment mit der Art und Weise, wie wir in Zukunft fahren werden. Und je nachdem, auf welche Stimmen man hört, werden wir alle batterieelektrisch unterwegs sein. Das ist nicht gänzlich unwahrscheinlich. Ich bin in dem Audi e-tron Video von uns kurz darauf eingegangen. Der ADAC hat herausgefunden, dass 95 Prozent aller Stellplätze, aller Garagen mit mehr als zehn Stellplätzen keinen Stromanschluss haben. Batterieelektrik scheitert im Augenblick nicht an den Autos, die existieren. Sie kosten zwar noch etwas viel Geld, doch eigentlich kommen wir nicht weiter, wenn es darum geht, das Ding irgendwo anzustöpseln. Und es gibt auch bei den Herstellern unterschiedliche Strategien und es gibt auch bei den Herstellern Indizien dafür, dass sie nicht richtig wissen, ob es wirklich alles batterieelektrisch wird. VW setzt in Zukunft mit dem ID und auch noch den anderen Modellen auf die Elektroplattform. Eine Plattform speziell für Autos mit Batterie. Hersteller wie BMW machen das nicht. Vielleicht ist die Strategie gar nicht so schlecht, die Plattform, Technologie offen zu halten. Sollte sich in den nächsten zehn Jahren, und wer weiß schon, was in den nächsten zehn Jahren kommt, die Haltung ändern, spielt Wasserstoff vielleicht doch eine größere Rolle, als das im Moment der Fall ist. Solche Diskussionen sind schwer zu führen. Vielleicht hattet ihr das auch schon. Es gibt Leute, die sind unglaublich begeistert von Elektroautos. Nur in der Realität gibt es einfach bestimmte Anwendungsbereiche. Und wenn ich einfach kein eigenes Haus habe, keine Lademöglichkeit, naja, dann relativiert sich das. Wenn man aber eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, kann man einen nicht unerheblichen Teil der Ladeleistung tatsächlich selbst gewinnen. Und für solche Leute ist das Elektroauto wirklich sehr, sehr interessant. Man sieht also auch jetzt schon, die Antriebsvarianten der Zukunft, die werden nicht mehr in dem Maße, zumindest in dieser relativ langen Übergangszeit, die auf uns zukommt, die werden nicht in dem Maße dominieren, wie das der Verbrennungsmotor getan hat. Außer, und das ist die zweite Stimme, die immer lauter wird in letzter Zeit, oder die, beziehungsweise die nie weggeht. Das ist das Wasserstoffthema. Und da wird es auf einmal schwierig, weil Wasserstoff funktioniert nicht, das wurde schon lange bewiesen und so weiter und so weiter und so weiter. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dagegen zu argumentieren, nicht zuletzt auch Tankstellennetz. Aber wenn man ehrlich ist, man kann auch aus genau dem gleichen Grund gegen batterieelektrische Autos argumentieren, weil es nicht genug Ladesäulen gibt. Um das mal in eine Relation zu setzen, Experten sagen, dass eine Wasserstofftankstelle im Moment eine Million Euro kostet. Und ein flächendeckendes Netz in Deutschland müsste tausend Tankstellen umfassen. Das heißt, wir haben Kosten von etwa einer Milliarde in die Infrastruktur. Ist das so viel Geld im Gesamtkontext, wenn man versucht, die Mobilität komplett zu verändern? Der Gedanke, Wasserstoff zu verwenden, ist sehr reizvoll, weil man damit nicht nur Pkw betreiben kann. Das geht in dieser Debatte oftmals verloren, meiner Meinung nach. Aber was ist denn mit Lastwagen? Was ist denn mit Baumaschinen? Was ist denn mit Schiffen und Flugzeugen beispielsweise in vielleicht noch weiterer Zukunft? Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Wirkungsgrade von Brennstoffzellen auch nicht so schlecht sind, etwa 80 Prozent. Gut, das geht dann noch ein bisschen runter, wenn man das auf das Gesamtauto betrachtet. Aber schaut man sich dann den Well-to-Wheel-Schnitt an, ist das Brennstoffzellenauto auch nicht so viel schlechter wie das Elektroauto in Relation zu den Materialien, die verwendet werden und der Herstellung und so weiter. Und die Stromgewinnung, die ja auch noch nicht einwandfrei ökologisch ist. Wasserstoff kann man ja auch mit erneuerbaren Energien gewinnen, so ist es nicht. Aber das führt jetzt alles schon fast zu weit in die Zukunft. Denn trotz des Potenzials von Wasserstoff sind wir halt nicht ansatzweise so weit, weil es einfach nicht die Investitionen gibt. Das mag vielleicht auch eine politische Fehlhaltung sein, dass man im Moment eher auf Batterie elektrisch geht und nicht quasi auf alternative Treibstoffe insgesamt. Aber was gibt es denn dann heute, was CO2 einspart, was nicht viel kostet und was auch zukunftsfähig sein kann. Denn der Verbrenner hat Schwächen. Der Diesel ist immer ein Thema, was umstritten sein könnte. Da weiß man auch nicht so genau. Erdgas. Es gibt ein flächendecktes Erdgasnetz. Klar, wenn man jetzt nicht unmittelbar in der Nähe einer Erdgas-Tankstelle wohnt, ist das ein Umweg, den man fahren muss. Und das ist auch nervig und das macht es unrealistisch für einen. Aber wenn man das Glück hat, in der Nähe einer solcher Tankstelle zu sein, dann wird es richtig interessant. Ein Kilo Erdgas kostet 1,14 Euro. Das entspricht bei Benzin einem Literpreis von 74 Cent. Unsere Erfahrung, die wir mit Testwagen hatten, man kann für etwa 18 Euro 400 Kilometer weit fahren. Na gut, Erdgas ist trotzdem ein fossiler Brennstoff. Und fossile Brennstoffe sind ja doof. Es gibt auch Biogas. Und auch wenn das keine flächendeckende Lösung für die Zukunft sein wird, ist das eine sehr, sehr gute Übergangslösung oder eine Lösung, die auch in weiter Zukunft noch Bestand haben könnte, wenn gleich in einer Nische. Die Menschen werden jetzt nicht flächendeckend auf Gas umsteigen. Doch für einige Einzelpersonen kann das sinnvoll sein. Ihr seht so ein bisschen, was das Problem ist an dieser Debatte. Und auch vielleicht an der Frage, welche Antriebsvariante ist denn die beste? Naja, das hängt davon ab, was man damit machen möchte. Eine pauschale Verteufelung von einer Antriebsvariante ist eigentlich gänzlich falsch. Denn es kommt immer auf die Anwendung an. Letztendlich hat alles, was wir machen, Konsequenzen. Und die Frage ist nur, wie kann man diese Konsequenzen minimieren? Und gleichzeitig frage ich mich als potenzieller Autokäufer, welche Antriebsvariante fahre ich denn in Zukunft? Wir sind in der seltsamen Situation, in der nahezu alle Antriebsvarianten mit Ausnahme von Wasserstoff im Moment sinnvoll sein können für den jeweiligen Anwender. Wasserstoff ist ein Zukunftsthema, wovon ich mir persönlich tatsächlich immer noch sehr viel erhoffe. Die Kritiker werden sagen, ja, wir erhoffen uns schon seit 20 Jahren, dass da was passiert und es kommt nichts. Vielleicht muss die Elektromobilität auch noch auf bislang ungesehene Widerstände treffen, bevor man für spezielle Bereiche in diese Richtung geht. Die Frage im Videotitel ist also ein bisschen klickbaitig, weil es keine pauschale Antwort gibt. Es gibt keine pauschale beste Antriebsvariante. Und das ist ziemlich unbefriedigend eigentlich. Wir waren es gewohnt, in den letzten 100 Jahren die eine wahre Antriebsvariante zu haben und die bröckelt jetzt langsam weg. Und vielleicht stellt sich ja am Ende heraus, dass Kaiser Wilhelm II. doch recht hatte, als er gesagt hat, ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Nur der Zeitraum, bevor das Auto wieder verschwindet, war größer als er dachte. Aber nur so ganz nebenbei und noch, um das mit einem bisschen Schwachsinn zu Ende zu bringen. Ein Pferd ist unter rein ökonomischen Gesichtspunkten auch nicht besser. Das muss nämlich betankt oder befüllt werden, auch wenn es einen nicht transportiert. In der Innenstadt ist das relativ schwierig. Eine Pferdebox in der Münchner Innenstadt am Englischen Garten kostet etwa 1000 Euro pro Monat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da Futter dabei ist. Naja, und die Kilometerlaufleistung von einem Pferd ist auch nicht so prickelnd. An dieser Stelle mache ich mal Schluss. Besucht einfach in der Zwischenzeit de.motorone.com. Bis zum nächsten Mal.